Ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mit ein kleineres Ernst-Thema. Wer am 31.10. im Livestream mit dabei war auf Twitch, irgendwann habt ihr sicherlich eine Stimme gehört und denkt sich, wer ist das denn jetzt auch einer? Ähm, ich war eine Person auf dem Family-Stand, aber da möchte ich mich auch nicht weiter eingehen. Ähm, ich habe erst einen Tag später am 1.11. zum Frühstück genauere Informationen auch bekommen, was genau los war. Ähm, daher, es haben Leute einfach echten hier zu mir bestellt. Wo ich sagte, nein, 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 nein. So. Das ist unmenschlich. Das hört sich einfach nicht. So. Das Problem ist, ähm, ich als Redaktion, ähm, teilweise auch Journalist und Co. Ähm, bin leider dazu verpflichtet, eine Impressum zu haben. So, das heißt, ich habe ja auch eine Webseite, ähm, da muss eine Impressum drinnen sein. Das Problem ist, wenn ich es nicht mache, habe ich eine, kann ich eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro bekommen. Und das möchte ich natürlich auch nicht, ja. Aber ich bitte euch, bitte ich, nie mehr irgendwas hier nach Hause zu essen zu liefern, weil dann, ähm, ja, wenn es nochmal der Fall sein sollte, Ich bitte, bekommt ihr die Person, die da angerufen hat und das können die Pichserlieferanten dann auch unbedingt nachvollziehen. Ähm, auch da ist es unter Druck zur Rufnummer, aber auch da ist es möglich nachvollziehen, wer beim Pichserboten genau angerufen hat. Und dann könnt ihr auch eine Anzeite, ähm, rechnen und ihr könnt vom, ähm, ja, Lieferanten gesperrt werden. Ich weiß nicht, worüber das alles genau gemacht wurde, ähm, ich werde auch laufen und schauen, wie und was, ähm, und ich finde es einfach unmenschlich. Weil, A, ich habe nichts bestellt, ähm, B, das sind Nahrungsmittel, ähm, die sind kostbar, besonders in der heutigen Zeit, sind echt so sehr, sehr kostbar, sag ich nicht mal. Ähm, ähm, drittes, ihr könnt dem Unternehmen, wo ihr das bestellt und irgendwo hinliefert, damit auch sehr großen Schaden anrichten. Ja, daher Schaden anrichten, ihr könnt die Firma oder dieser, äh, Unternehmen, was da auch immer ist, könnt ihr kaputt machen. Daher, die sind dann vielleicht arbeitslos. Und das möchte ich einfach nicht. Und darum bitte ich euch alle daran, nichts zu bestellen. Wenn doch, dann könnt ihr darauf befasst sein, dass rechtliche Schritte eingeleitet wird. Und in dem Fall, ähm, das Impression, der ändert wird, ähm, wo ihr dann nie mehr irgendwas bestellen könnt, weil das ist unmenschlich nicht verkennbar, das ist. Das hört sich einfach nicht. Ähm, darum bitte macht das. Einfach nicht. Da wäre ich sehr dankbar und die Unternehmen, wo ihr das Essen bestellt, wären darüber auch sehr dankbar, weil das sind dann, keine Ahnung, wie viel da geklingelt wurde. Ich habe das leider hier oben nicht gehört. Ich kann beweisen, dass ich sieben Stunden nur am Stream war, äh, ich war die ganze Zeit hier oben. Ich war nicht mal in der Pause, ähm, natürlich gibt es echt Apps, wo man echt einstellen kann, aber ich habe solche Apps nicht drauf. Somit, somit, ich kann keine Bestellung auf dem haben, ich habe auch nichts bestellt, ähm, somit, die Leute, die dafür verantwortlich sind und echt nochmal passieren sollte, ähm, bekommt ihr dann eine Anzeige, ähm. Und, weil, man kann alles nachvollziehen, wo irgendwie Telefonnummer, ja, zurückverfolgbar ist. Das ist alles möglich, auch bei unterdruckter Rufnummer. Ja, das war jetzt mal einfach ein bisschen ernst, das Thema, ähm, das wollte ich mich hier nochmal genauer ansprechen und ich sage damit euch erstmal schönen Abend, macht gut, wir sehen uns in einem kommenden Video mit uns in einem anderen Thema. Damit macht gut, bleibt gesund, bye bye, ciao!